Und ich dachte die ganze Zeit, es würde schwierig werden. Schafft ihn hier raus! Das war's für mich. Okay. 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 Bitte! Ich brauche Hilfe! Ich, ich bin hier drüben! 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 Halt still, Batman! Du kannst nicht gewinnen, Batman! Ich bin hier drüben! 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 Ah! Ich bin hier drüben! 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 ろherspital Ich bin hier drüben! Ich bin hier drüben! der drüben! Man muss ihn sicherlich vorstellen. Ist er ein ausgezeichneter Kryo-Wissenschaftler, der seiner Frau helfen wollte, dabei fast wahnsinnig wurde? Oder ein alter Mann, der sich auf den Grill gelegt hat? Das war's für mich, aber das war's für mich, aber das war's für mich, und das war's für mich. Ich werde dich in Stücke schneiden, Ami. Wieso stirbst du nicht? Du siehst stark aus, aber du bist nicht stark. Ich töte dich mit einer Hand. Zieh dich an, wie willst du mich besiegen? Ich werde dich töten. Zieh dich an, wie willst du mich besiegen? Du siehst stark aus, aber du bist nicht stark. Ich töte dich mit meiner Hand. Ich werde dich töten. Du siehst stark aus, aber du... Ich brauche dich in deinem Linen. Ich spiele die Dienste, einmal. Ich schlauchte die Dünne. Ich spiele dich nicht. Ich schlauchte die Dünne. Jokers Heilmittel. Wo ist es? Vergiss den Clown. Ich will Cobblepot. Er hat meinen Anzug, meine Waffen. Ich werde ihn für das, was er mir angetan hat, töten. Ich übernehme Pinguin. Du solltest dich auf das Heilmittel konzentrieren, sonst sterben unschuldige Menschen. Du verstehst es nicht. Ohne ihn werde ich meine Arbeit nicht vollenden können. Ich muss ihn haben. Es hängt alles davon ab, Batman. Einfach alles. Pinguin schützt sich gerade mit deiner Kältekanone. Wie überliste ich sie? Sehe ich aus wie ein Narr. Wieso sollte ich ausgerechnet dir das sagen? Weil ich dir deinen Anzug nur holen kann, wenn ich heil daran vorbeikomme. Denk drüber nach, Victor. Du siehst schlecht aus. Was wird aus Nora, wenn du sterben solltest? Lass ja meine Frau aus dem Spiel, Batman! Mach nicht den Fehler, das hier falsch zu verstehen. Wir sind keine Freunde. Heute ist kein guter Tag, um mich zu ärgern, Victor. Nein, nicht! Ich habe einen Sicherheitsunterbrecherchip im Anzug eingebaut, damit niemand die Waffe gegen mich einsetzt. Hat ja toll funktioniert. Wieso besorgst du dir nicht den Sicherheitsunterbrecher und findest selbst heraus, wie du ihn stoppen kannst? War mir ein Vergnügen, Victor. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Ich hole deinen Anzug zurück. War mir ein Vergnügen. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020